Jetzt Lebensabbiegen. Das ist noch ein bisschen langweilig, ein klein bisschen. Guck mal die Nordschstraße. Ich hab heute gefahren, das weiss ich. Ja, aber ich gucke mir her. 2,1 Kilometer der Strasse vollkommen. Ich will aber nach Richtberg mal. So, Richtberg. So, wir waren schonmal. Mal sehen. Mal sehen. 2,5 Kilometer der Strasse vollkommen. Mal sehen, ob es jetzt nochmal heiß aus dem Reichlohn und das Kinell. Jetzt wieder das Illigiene-Ventrum. Ja, hier war sie schonmal. Ich kann das schon mal angehen, dass es Dabrikationsgeräte nicht mehr entnimmt. Ich muss nicht nur mal Strasse, aber sehen wir, dass wir das hier im Kreislauf heraussuchen. Jetzt ist sie doch... Autoschmiede hier! Zwischen 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5